Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute wieder zum 5 Minuten Trampolin Training und ich hoffe, man hat gestern schon ein bisschen was gemerkt und jetzt legen wir wieder weiter los. Wir stellen uns einmal auf. Heute machen wir es direkt ein bisschen anders. Wir nehmen die Arme locker mit und ziehen die Ferse nach oben und das Ganze ganz locker und ich würde wirklich empfehlen, die Ferse so hoch wie möglich nach oben zu ziehen, um den Fuß schön aufzudehnen und den ganzen Bewegungsapparat schon so ein bisschen aufzuwärmen. Wir nehmen die Arme mit, schön intensiv nach vorne und nach hinten, ganz locker. Und nochmal der Hinweis, es sind immer nur 5 Minuten, 5 Übungen, 5 Minuten und am Anfang schwingen wir uns immer so ein bisschen ein, um den ganzen Apparat leicht warm zu machen und da kann man auch schon mal so ein bisschen intensiver mitgehen. Im Buch habe ich es recht einfach beschrieben, aber hier kann man echt so ein bisschen noch ein bisschen Intensität mit reinlegen, weil wir sind ja unter uns. Und hier kann man das auch schön ein bisschen steuern noch. Also gerne auch mit dem Körper so ein bisschen mitgehen, die Arme vor und zurück ziehen, schön intensiv. Jawohl. So, jetzt fangen wir gleich an und machen auch so ein bisschen was fürs Gehirn. Wir schwingen wieder normal. Wir nehmen eine Hand in die Seite und dann schwingen wir mit einem Arm vor und zurück. Einfach vor und zurück. Ganz locker. Genau. Und dabei gar nicht so sehr auf den nach vorne Weg achten, sondern eher so ein bisschen mal auf den nach hinten Weg achten. Und beim nach hinten drehen oder nach hinten schieben, schieben wir wirklich auch die Hand. Wir drehen die Hand nach hinten ein und schieben so die Hand nach hinten. Ja, für solche kleinen Feinheiten, wie ich schon mal gesagt habe, ist im Buch halt wenig Platz, das alles ausführlich zu beschreiben. Aber was wir hiermit machen, wir aktivieren und schmieren unser Schultergelenk. Wenn wir die Hand drehen, insbesondere die Rotatorenmanschette im Schultergelenk, die wird hier richtig schön durchbewegt. Jawohl. Einfach ein bisschen mehr nach hinten. Also wer Schulterprobleme hat, der wird in vier Wochen wirklich merken, dass er eine neue Schulter hat, wenn er das regelmäßig macht. Und das sind solche Kleinigkeiten, die wir hier gerne zeigen. Wir nehmen die andere Seite. Einfach den Daumen, wenn wir oben sind, nach außen drehen und wenn wir nach hinten kommen, nach hinten drehen. Jawohl. Und dann merkt man hier vorne richtig schön diese Verlängerung bzw. das Dehnen und das Stretchen der vorderen Brust, also der oberen, der seitlichen Brust und auch der vorderen Schulter. Jawohl. Einfach ein bisschen intensiver. Richtig schön auf den nach hinten Weg konzentrieren. Die Hand richtig schön nach hinten pushen. Jawohl. Ganz locker mitschwingen. Aber gleich machen wir es noch ein bisschen intensiver, auch mit den Oberschenkeln. Ja, weil das ist ja nicht alles. Und es wird auch in den laufenden Wochen, wird es auch ein bisschen anspruchsvoller vom Gehirn, vom Bewegungsapparat, vom Bewegungsablauf. Aber keine Angst, wir machen das immer Schritt für Schritt. Genauso wie wir jetzt angefangen haben, das Schritt für Schritt zu machen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit breiten Beinen. Wir stellen beide Füße auf 3 und 9 Uhr und dann kommen wir auf eine Seite und dann schwingen wir vor und zurück. Das hat jetzt den Unterschied, dass wir jetzt hier eine komplette Kraftlinie auf der einen Körperhälfte haben. Das heißt, wir schwingen auf einer Seite und bewegen dazu den Arm auf der gleichen Seite. Und jetzt haben wir richtig schön eine Körperhälfte unter Spannung und die andere eher nicht. Und jetzt kann man mit dem Arm noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Jawohl. Vor und zurück. Vor und zurück. Vor und zurück. Jawohl. Genau. Also ich habe mir noch für die nächsten Wochen habe ich mir noch ganz, ganz tolle Übungen ausgedacht, wo man auch so ein bisschen nicht nachdenken sollte, aber die einen so ein bisschen von der Koordination auch fordern. Aber keine Angst, wie gesagt, wir machen das alles stückchenweise. Und immer bewusst machen, jede Schwingung zählt. Jede Schwingung aktiviert immer alle Bandscheiben. Das ist das Tolle. Selbst bei einem Bandscheibenvorfall kann man das ja alles schön machen. Aber beim Bandscheibenvorfall bitte darauf achten. Nicht hüpfen, sondern wirklich nur leicht locker schwingen. Und ja, der Orthopäde, wenn man den fragt, darf ich mit dem Bandscheibenvorfall Trampolin machen, dann sagt er mit Sicherheit nein, weil er dieses Gerät nicht kennt. Aber wir haben hier so eine harmonische, einfache Schwingung, dass diese Schwingung wirklich nur ganz sanft alles bewegt und alles ja wieder mit Sauerstoff versorgt. Das war das Wort. Und natürlich die Durchblutung erhöht und die Nährstoffversorgung einfach optimiert. Deswegen kann ich es nur empfehlen, dass es auch bei akuten Bandscheibenvorfällen zu machen. Einfach leicht draufstellen und locker schwingen. Das ist super. Das hilft und das ist echt toll. Und wer noch keinen hat und jetzt gerade mit dem Trampolin anfängt, der wird auch keinen mehr bekommen. Ja, weil dafür ist das Trampolin einfach perfekt geeignet. Leichtes Schwingen, noch einmal kurz durchbewegen. Ja, und dann war es schon wieder. Fünf Minuten, so schnell geht es. Der Körper ist jetzt toll aktiviert. Das Gehirn ist ein bisschen gefordert. Der Körper ist mit Sauerstoff geflutet. Was will man mehr? Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann! 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 Bis dann!